Sie ist endlich online. Die GKZ Sportkollektion. Auf den ersten Link draufklicken, Support geben und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo! Morgen steht er im Tor. Der beste Torhüter der Welt. Die Mauer. Man wünscht sich ihn im Tor zu haben. Die Bälle kleben an der Hand. Er hat Reflexe. Es geht um... Navas! Digga, Navas, Mann. Bufon. Navas, ganz sicher. Digga, Weltmeister. Europameister. Achtmaliger italienischer Meister. Digga, Champions-League-Gewinner. Ganz einfache Sache. 1-0, Junge. 1-0. Ah, nee. Bufon hat 2,03 Paraden pro Spiel. Ach, Digga, Mann. Navas hat 2,7 Paraden pro Spiel. 2-0. Der Navas, der hat ein ganzes Film-Spieler. Boah. Ey, Leute. Navas macht deinem Gegentor 2,43 Paraden. Digga, Bufon macht 2,65 Paraden pro Gegentor. Der Navas, der hat ein ganzes Film-Spieler zu Null gespielt. Wovon? Hat ganzes 12 Spiele zu Null gespielt. Mach's gut, Digga. Weiß nicht. Hab's 2-2 gemacht. Fuck, Mann, ey. Ganzes 73 Prozent der Bälle kommen an. Bei mir, ey, kommen 81 Prozent der Bälle an. Was? 2-1, Digga? Ich würde sagen 3-2. Stimmt. Nero! Nero! Niemals, Schiri! Niemals, ey! Schweife, geh, Junge! Schweife, geh, raus! Was? Nein! Schiri! Ey, nein, Schiri! Er hat 2 gelbe Karaden pro Saison bekommen. Ich? Nichts! Zero! Nada! Wovon hat diese Saison ein Elfer gehalten? Ja gut, kann ja sein, ne? Kann ja sein. Aber der Navas ganze 2 Stück. Let's go! Ich würde sagen 4 zu 3. Können wir ein Foto machen? Ich bin der allergrößte Fan! Ja, klar. Ja, ja, können wir gerne machen. Sehr gerne. Ich will ein Foto! Können wir machen. Er meint schon mich. Er hat mich gemeint, ey. Doch, der meint mich, ey. Ich will ein Foto! Nein, Digga, der hat mich gemeint. Der hat mich angeschaut, ey. Okay, ganz, ganz heikel. Wer ist beliebter? Buffon oder Navas? Hier oben abstimmen. Ich will ein Foto! Verreise, Mann! So Leute, das war's von uns. Dankeschön fürs Zuschauen, gebt einen Daumen nach oben. Und jetzt ein Gewinnspiel, aber zuerst eine Info. Das Duell zwischen Buffon und Navas war schon echt spannend. Bei uns auf dem Kanal findet ihr das Duell Ronaldo gegen Dybala. Und jetzt wieder zurück zum Gewinnspiel. Dazu müsst ihr wie gewohnt Abonnent von Goalkeepers sein, da ich ja bekanntlicherweise nur Abonnenten belohnen möchte. Zweitens, das Video liken und drittens, den Hashtag Juve oder Hashtag Real benutzen, wenn ihr glaubt, dass dieser Verein die Champions League gewinnen wird. Und ich will immer noch ein Foto! Sieh es endlich online, die GKZ Sportkollektion. Auf dem ersten Link draufklicken, Support geben und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.